Dienstags. Ryans Geheimnis fliegt auf. Als du mit mir Schluss gemacht hast, sind Julia und ich im Bett gelandet. Du dachtest ernsthaft, dass ich von dir erwarte, dass du mit deiner Ex-Freundin schläfst? Und zwar am Tag unserer Hochzeit? Baze findet eine neue Liebe. Ich suche etwas ganz Simples. Ich bin so simpel, dass es wehtut. Und Lachs steht vor einer schwierigen Entscheidung. Live Unexpected. Die neuen Folgen. Dienstags ab 20.15 Uhr. Dienstag.